Hallo zusammen, herzlich willkommen auf dem Drohnen-Grafler-Kanal. Mein Name ist Jörg und für unsere DJI Neo hat jetzt DJI ein Update herausgegeben hier, beziehungsweise für unsere DJI Fly mit wirklich richtig tollen Funktionen, die jetzt wirklich auch diese Steuerung und diese ganze kleine Drohne wirklich auch ein ganzes Stück weit besser machen. Ich werde euch jetzt hier mal die ganzen Funktionen natürlich am Smartphone mit zeigen und dann gab es auch natürlich hier ein Update für unseren RC-Controller, wenn wir dann die DJI Neo mit dem steuern und dann schauen wir uns auch mal an, ob dann diese ganzen Neuerungen auch hier im Controller mit hinterlegt sind, was wir dann in unserer DJI Fly auf dem Smartphone haben. Und jetzt schauen wir uns einfach mal die neue Fly-Version ein bisschen genauer an. Die neue Fly-Version hier für unsere DJI Neo auf dem Smartphone ist die 1.15.4 und die wurde mir jetzt hier auch schon mal vorgeschlagen. Jetzt werde ich mir das Ganze auch mal herunterladen und mal ganz kurz mit installieren. Und jetzt haben wir hier auch schon eine kleine Übersicht, was uns jetzt hier auch für Neuerungen bei unserer neuen Fly-Version mit erwarten. Wir sehen jetzt hier, dass die neue Goggles N3, also diese FPV-Brille, jetzt hier auch mit unterstützt wird und auch mit integriert wurde. Des Weiteren sehen wir ja auch hier, dass dann hier die Steuerung ein bisschen angepasst wurde im Vollbildmodus, sollte es jetzt auch möglich sein. Dann gab es auch noch Anpassungen für unsere Tonaufnahmen, wenn man jetzt hier mit der Drohne unterwegs war und dann hier das Mikrofon mit aktiviert hat. Also soll es jetzt hier auch noch einige Änderungen geben. Und ganz wichtig natürlich hier für unsere Content Creator unter uns, jetzt soll man hier mit der DJI Neo auch Hochformataufnahmen machen können. Also im 9 zu 16 Format soll man hier mal so ein schnelles Shot oder so einen schnellen Reel einfach erstellen können. Und jetzt hat man hier auch schon gesehen, jetzt ist die ganze Software auch schon mal hier installiert. Und wir öffnen jetzt hier mal ganz kurz unsere App und jetzt gehen wir mal hier rein. Jetzt schauen wir uns mal an, was uns jetzt hier wirklich auch erwartet. Wenn ich jetzt hier meine Drohne mit meiner App auch verbunden habe, jetzt sieht man das hier. Das war immer so mein Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist ja von der Steuerung her doch so ein bisschen umständlich, wenn ich das Handy dann auch immer so hochkant halten muss und dann bloß so ein kleines Bild irgendwie zur Verfügung habe. Und wenn ich jetzt hier mal diese manuelle Steuerung anwähle und auch die Drohne hier startet, dann kann man das sehen. Jetzt lässt sich hier unsere Ansicht in dem Sinne auch umschalten. Man hat jetzt hier diese Steuersticks unten auch mit eingeblendet und das alles im Breitbildformat, also nicht in dieser kleinen Ansicht, dass man da auf dem Handy so ein bisschen ja ungeschickt manchmal rumnavigieren muss. Also das funktioniert jetzt hier wirklich schon mal ganz gut. Und des Weiteren lässt sich jetzt hier auch auf der Seite, wie man das sehen kann, der Gimbal unserer Drohne einstellen. Also hier sieht man, dass ich kann jetzt hier während des Fluges auch den Gimbal in dieser Ansicht nochmal betätigen und da auch nochmal meine Einstellungen treffen. Diese erste Neuerung, die uns jetzt hier DJI auch zur Steuerung der Drohne mit präsentiert hat, die finde ich wirklich sehr gut, wenn man jetzt hier die Drohne über das Smartphone steuert und auch fliegt. Und jetzt schauen wir uns mal die nächste Neuerung an. Da geht es jetzt hier um unsere Tonaufnahmen in unserer App. Wenn man dann eben hier das Mikrofon mit aktiviert hat, jetzt lassen sich hier auch nochmal verschiedene Einstellungen treffen. Also hier lässt sich das jetzt nochmal so ein bisschen mit verbessern. Also ich persönlich werde diese Einstellungen hier in unserer Fly-App während des Fluges mit der DJI Neo höchstwahrscheinlich nicht nutzen. Seitdem, ich mache für euch irgendwie ein Tutorial und muss mir ein paar Sprachaufzeichnungen mal machen, wenn ich hier mein Mikrofon vergessen habe oder irgendwas anderes. Aber diese ganze Funktion, die jetzt hier mit nochmal reingebracht wurde, die finde ich eigentlich ganz gut für den, der es braucht. Ich brauche das auf jeden Fall erstmal nicht. Jetzt schauen wir uns nochmal den nächsten Punkt an. Die nächste wirklich auch tolle Neuerung sollte jetzt hier für unsere Social Media Stars ganz interessant sein oder für Leute, die das eigentlich auch gewohnt sind, dass sie mal ein Reel oder ein Schutzvideo irgendwo posten und hier mit der DJI Neo draußen noch unterwegs sind. Hier lassen sich jetzt auch Aufnahmen im 9 zu 16 Format mit anfertigen. Und wenn wir jetzt hier in unsere Kameraeinstellungen mit reingehen, hier sehen wir, dass hier haben wir unsere verschiedenen Aufnahmeparameter. Und hier ganz hinten haben wir einmal 1080p und dann nochmal 1080p mit dem Hinweis 9 zu 16. Und wenn wir das jetzt hier aktivieren, jetzt können wir das hier sehen, dann finden unsere Aufnahmen quasi auch im 9 zu 16 Format statt. Und dann lässt sich auch diese Drohne quasi genauso wieder in der manuellen Steuerung steuern. Also man sieht das jetzt hier. Hier haben wir dann das Bild nochmal auf Hochkantformat. Und wenn wir das Ganze jetzt hier auch wieder umstellen, dann haben wir hier unser Bild auch wieder ganz normal im Breitbildformat. Dann kann man hier eben diese ganzen Anpassungen nochmal so ein bisschen mitmachen. Und das finde ich wirklich mal sehr gut, wenn man jetzt wirklich mal ein kleines Video hier auf YouTube oder bei Instagram oder sonst wo bei TikTok oder irgendwas mal hochladen möchte. Also diese Funktion, denke ich mal, da haben wirklich sehr viele drauf gewartet. Und jetzt möchte ich doch mal schauen, ob es dann auch möglich ist, wenn ich hier meine DJI Neo mit dem RC2-Controller fliege, ob das dann hier auch so funktioniert. Und das schauen wir uns jetzt hier auch gleich nochmal mit an. Jetzt habe ich hier meinen RC2-Controller auch schon mal gestartet. Und jetzt wird mir auch hier schon das Update für unseren RC2-Controller mit vorgeschlagen. Also ich denke mal, jetzt wird auch hier jetzt die Integration der Goggles N3 hier mit implantiert sein. Wir wollen aber jetzt hier mal unsere DJI Neo mit dem RC2-Controller verbinden. Und dann möchten wir mal nachschauen, ob man dann auch, wenn man die Drohne mit dem Controller hier fliegt, ob es dann auch möglich ist, dass man dann Aufnahmen im 9 zu 16 Format auch mit machen kann. Und wir sehen das auch hier. Jetzt ist unsere Drohne bereits mit dem Controller auch verbunden. Und ich blende euch das jetzt hier auch nochmal ganz kurz mit ein. Also hier sehen wir, hier ist das nicht möglich, dass man jetzt hier Aufnahmen im 9 zu 16 Format machen kann. Ich blende euch das jetzt hier aber auch nochmal am Beispiel der DJI Mini 4 Pro ein, wie das denn hier ausschaut. Also hier haben wir jetzt diese Ansicht, da haben wir so einen kleinen Pfeil. Und wenn man da draufklickt, dann sehen wir, dass sich hier auch der Gimbal der Kamera dementsprechend dreht. Das ist jetzt hier natürlich bei der DJI Neo nicht möglich. Aber softwaretechnisch sollte das ja auch möglich sein, weil es ja in unserer DJI Flybe auf dem Smartphone auch funktioniert. Also ich denke mal, da wird DJI auf jeden Fall hier für den Controller auch nochmal was nachliefern, dass da diese Bilder bzw. auch Videos im 9 zu 16 Format auch zugeschnitten werden. Jetzt zeige ich euch das hier auch nochmal kurz am Beispiel von unserer DJI Neo bzw. auch hier mit unserem RC2 Controller. Ich hatte mir hier auch die neue Flybe-Version für den Controller auch schon heruntergeladen und installiert. Und wenn ich jetzt hier auf unsere Info gehe, hier sehen wir, dass die DJI Neo ist jetzt hier im Controller mit verbunden und unsere aktuelle Flybe-Version ist die 1.15.4, genauso wie auf dem Smartphone. Also hier denke ich mal, wird dann DJI auf jeden Fall auch noch eine kleine Änderung für unsere ganzen Einstellungen bringen. Und wenn ich jetzt hier unter Kamera in unserem Menü auch nochmal so wenigstens mit durchscrolle, hier habe ich jetzt auch keine Möglichkeit, dass ich dann irgendwie das Bild dementsprechend anpassen kann, dass das vielleicht hier irgendwo versteckt wäre. Weil eigentlich hat man das ja gesehen, bei der DJI Mini 4 Pro haben wir dieses kleine Symbol mit dem Pfeil, wo man dann das Bild dementsprechend auch drehen kann. Das ist jetzt hier leider noch nicht da. Also DJI Spezialisten und Programmierer, der App setzt euch ran. Bringt bitte nochmal ein Update für unseren DJI RC2 Controller, dass wir hier dann mit der DJI Neo auch auf dem Controller schöne Aufnahmen im 9 zu 16 Format auch noch mitmachen können, dass wir dann hier so schöne Shorts und Reels für Instagram, YouTube oder TikTok auch hier mit dem RC2 Controller produzieren können. Und wer mir jetzt hier die Steuerung der DJI Neo mit unserem DJI RC2 Controller interessiert, der kann sich das Video hier mal mit anschauen. Da habe ich euch da mal einiges vorbereitet oder wie man auch die DJI Neo dann mit der Goggles fliegen kann und 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 und. Was da alles so funktioniert und ob das alles funktioniert, könnt ihr euch auf jeden Fall mal mit anschauen. Und wer jetzt hier den DJI RC3 Controller hat und dem die Steuerung über das Smartphone doch so ein bisschen ja fummelig ist oder so ein bisschen klein ist, sich aber jetzt hier nicht den anderen Display Controller unbedingt zulegen möchte. Da habe ich jetzt noch ein Video geplant, wie man jetzt hier am DJI RC2 Controller einen größeren Monitor mit anschließen kann. Also da kommt auch nochmal was. Dann lasst schon mal ein Abo da, falls euch das Ganze hier interessiert. Da habe ich wie gesagt schon einiges geplant, wie man dann hier mit dem größeren Monitor an dem Controller auch alles richtig schön im Blick hat. Und damit wir auch weiterhin alles richtig schön beim Drohnenflug im Blick haben, braucht man natürlich eine passende Drohnen-Nachpflichtversicherung. Mit dem Code DRGR3 findet ihr bei den Helden, der Ihnen eine passende Drohnen-Nachpflichtversicherung für eure Drohnen, euren Kopf, der privat oder auch gewerblich mit der Drohne unterwegs seid. Da könnt ihr auf jeden Fall hier unten mal mit reinschauen. Da habe ich euch das Ganze mal mit verlinkt. Und falls ihr dann eine Drohnen-Nachpflicht oder Drohnen-Kasko für eure Drohne mit abschließt, dann könnt ihr euch noch einen ganzen Monatsbeitrag mit sparen und den Kanal auch noch hier so ein bisschen mit unterstützen. Ihr findet natürlich auch weitere Links rund um das Thema Drohne und Drohnen-Zugehör alles hier in der Videobeschreibung unten mit verlinkt. Und ich sage bis zum nächsten Mal auf dem Drohnen-Graffer-Kanal. Ciao, tschüss, euer Jörg. Und ich sage bis zum nächsten Mal.